Mein Name ist Ludovica Nöbel. Ich bin 81 Jahre. Mein Lieblingsort ist unsere Schmuckelkapelle hier in Eschmar. Sie steht mitten im Dorfe. Man hat von diesem Kapellenberg auch einen wunderschönen Blick zum Siebengebirge. Es ist mein Lieblingsort. Ich finde in der Kirche Ruhe und Frieden. Jeden Mittwochabend treffen wir uns zum Rosenkranzgebet für den Frieden in der Welt, für unsere Kranken und für unsere Verstorbenen.